Ja, ich habe es mir eingebildet, jetzt muss ich es halt auch machen. Okay, es ist spiegelverkehrt. Naja, ich habe meinen Berglauf eingebildet und habe der gestern schon ein bisschen mitbekommen. Und ja, es ist unfassbar anstrengend. Von da unten komme ich her, von da hinten und das da unten ist Rabland. Ich bin also schon ein bisschen nach oben jetzt gekommen. Vor habe ich heute über den Pachinser Wasserfall, der ungefähr in der Richtung ist, über den Meraner Höhenweg nach Meran runter und das sind insgesamt 27 Kilometer mit dem Zug dann von Meran zurück. 27 Kilometer laufen schaffe ich natürlich nicht, wenn ich noch dazu einen Berg zu bezwingen habe. Aber ich probiere es halt einfach mal. Ich habe Angst und da ich jetzt, gestern bin ich ein bisschen laufen gegangen, fünf Kilometer, und da ich ja vorgestern hergeradelt bin, habe ich durchaus auch in den Muskeln spüren schon noch ein bisschen was. Die 310 Kilometer da in den 14 Stunden, die ich gebraucht habe, um hier herzukommen, die spürt man natürlich im Kern. Ansonsten bin ich hier recht, ja, keine Ahnung, naiv unterwegs. Ich habe einiges dabei, ich habe Jagdgeil dabei, ich habe genug zu trinken dabei, einige Riegel, bisschen was zum Essen noch zusätzlich. 2,5 Kilometer, Käse, also es ist wirklich sauernd schnell. So, jetzt müsste ich auf dem richtigen Weg sein, jawohl, Gott sei Dank. So. Ja, da geht es jetzt auch. Alter, leck mich am Arsch. Mein Champion. Na ja, dann fange ich doch jetzt einfach mal an, das Prokrastinieren hier immer. Ja, noch ganz kurz, ich gehe noch ganz kurz, gleich laufe ich los. Ja, nie läufst du los. Russland. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie soll man sowas hier rennen? Oh Gott, das ist der Hochwort. Mehran zu 1000, das Skigebiet und in dem Smog liegt Mehran. Das ist der Hochwort. Das ist der Hochwort. Das ist der Hochwort. Für die ganzen Momente ohne Steigung sind schon etwas Wunderbares. Es geht wieder weiter. Das ist der Hochwort. Das ist der Hochwort. Das ist der Hochwort. Das ist der Hochwort. Fühlt mir sich immer gut. Ja gut, durch den Hof muss ich diesmal wenigstens nicht durchlaufen. Hier wirkt mir etwas unentschlossen. Man sieht die ersten Dolomiten von hier. Ich meine, der Hochwort ist auch toll. Wunderbar sogar. Aber die Dolomiten sind auch nicht. So weit, so gut. Es ist schon echt sackeinstrengend. Und ich bin natürlich nicht besonders schnell. Aber dafür besonders schön. Wie farbenfroh so ein laubfreier, von Flechten überzogener Ast sein kann. Mal mit der Sonne. Ja. Schön. Schön. Ciao. Schön. 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 Musik So, jetzt geht es dann langsam los. Das auch mal ein bisschen Schnee liegt. Ich habe jetzt keine Grödeln dabei. Ich gehe langsam, da wo Eis ist und Schnee. Aber ich hätte meine Schneeketten, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für die Laufschuhe mitnehmen können. Vor sowas habe ich dann natürlich schon Respekt. Es ist ziemlich eisig. Ich bin jetzt da oben rüber geklettert. Ja, also manchmal ärgere ich mich, dass ich meine Grödeln nicht dabei habe. Aber jetzt hätte ich sie auch noch für eine Sekunde gebraucht. Das passt schon. Man muss halt vorsichtig sein und nicht nachlässig werden und sich denken, das geht schon passt schon. Vorsicht. Jetzt ist das halbe Leben. Wenn hier jetzt die Sonne hinscheinen würde, dann würde ich sicherlich was essen. Es ist schon ein bisschen kühl, aber durch die Anstrengung ist es dann doch sehr erträglich. Da oben ist übrigens mega geil. Das sind die, wie heißen sie nochmal? Die Seenplatte zu Birnbaum. Tja, Spronser Seenplatte. Richtig schön da oben. Also wenn man mal hier ist und Bock auf Wandern hat, dann sollte man auf jeden Fall da hoch. Das sind so drei oder vier Gletscher sehen und richtig toll. Jetzt kommt die Sonne. Ich glaube Pause mache ich erst irgendwo da. So, das ist jetzt das erste Mal eine größere Herausforderung. Ja, da geht es steil runter. Also hier riskiere ich bestimmt gar nichts. Ich bin jetzt gerade so einen Meter da schon mal so drauf. Und man kann nicht mit den Schuhen irgendwie so eine Scharte reinrammen. Das ist mir jetzt also ein bisschen zu gefährlich so. Das bedeutet, ich schaue jetzt mal, ob ich hier so oben in mich entlanghangeln kann. Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Es nimmt zu, dass es natürlich eisig wird. Also klar, es ist Februar, ist ja logisch. Und dadurch, dass es hier auch auf dieser Südseite immer mal wieder so Ostseiten hat in so einer Scharte, ist ja auch logisch. Also das war mir schon bewusst. Und wenn ich da jetzt nicht rüberkommen sollte, weil ich mich entscheide, es nicht zu tun. Und das muss man glaube ich immer mit richtig, also muss man wirklich für sich selber entscheiden. Dann, ja mein Gott, dann latsche ich halt hier wieder runter und schaue, dass ich irgendwie anders runterkomme oder weiterkomme. Ja, da muss ich mich halt umorientieren. So ist es halt in den Bergen im Winter. Ja, das ist ja jetzt der Moment, wo ich aufhöre. Es ist nicht mehr viel. Ich müsste diese Schneebretten nur so ein bisschen überqueren. Es ist mir aber einfach zu gefährlich. Jetzt werde ich da irgendwie nach unten schauen und dann versuchen, dass ich da irgendwie rüberkomme. Ich hoffe, dass das funktioniert. So einfach ist es nämlich nicht. Und ich bin absolut kein Adrenalinschanky. Ich brauche das nicht. Sondern im Gegenteil, ich hänge an meinem Leben. Und ohne Krödeln geht hier gar nichts. Klar. Da komme ich jetzt gut entlang. So, schön auf der Hose runterrutschen. No risk. No fun. Nein, Schmarrn. So, das war's jetzt. Runter geht's. Naja, da mache ich halt jetzt doch hier auf dem Bankerl ein Päuschen. Da macht hinein. Da honure sie aus. Da liegen keine Ahnung. Da igen. Wer hinweg und anblasen. Ja, dak magician. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann grüßen wir jetzt mal ein bisschen an Pfirsichzahn oder Ananas So schnell kann man Pfirsich inhalieren Ob da ist oder Vitamine oder Spurenelemente, keine Ahnung Ich hätte jetzt auch ein Glas Marmelade essen können Ja, schön, wunderbar Okay, das ist mal auch die Frage, ob das schon sehr häufig passiert ist Dass hier jemand in einer halben Sekunde einen halben Pfirsich gefressen hat Es ist gerade so schön hier runter zu laufen Das Laub ist nicht wirklich nass Sondern eher trocken Trotzdem natürlich ein bisschen rutschig Also ich muss starten lassen Aber es macht richtig Bock Mit kleinen Schritten, glaube ich Kann einem eigentlich irgendwie nicht passieren Ich kann jetzt nicht in die Kamera schauen Ich muss natürlich auf dem Weg schauen Aber ich will euch ein bisschen mitnehmen Frage an die Trailrunning Boys and Girls Girls and Boys Mir fällt manchmal auch, dass ich beim Bergablaufen In so einem Pferdetrab Irgendwie verfalle Also vielleicht sieht man das ja so So Und da fühle ich mich ehrlich gesagt mega sicher Es ist irgendwie so meine natürliche Art Den Berg runter zu laufen Aber das hier ist natürlich auch ganz nett Also so ein ganz konsequentes, mega krasses Abrollen Da habe ich das Gefühl, dass ich auch sehr viel Sicherheit habe Und nicht wirklich ausrutschen kann Ja, keine Ahnung Wie macht sie das denn? Auch so diese Pferde Galopp, den man eigentlich eher bei kleinen Mädchen beobachtet Wenn sie auf der Straße irgendwie ein Pferd imitieren Oder eher das Abrollen Von hinten Von der Fers aus Oder Dann bergab Dann doch der Vorderfußlauf Was ja natürlich den zusätzlichen Stoßdämpfer Verschafft Aber Da habe ich einfach Schiss, dass ich quasi mit meiner Mit meinen Ballen wegrutsche Und ich es dann aufs Maul leg Das heißt, diesen Vorderfußlauf Auf gerader Strecke Und bergauf Ja Aber bergab Kann ich Das hier nicht so wirklich Ja genau Wie macht ihr das denn? Ich bin dankbar über konstruktive Tipps Und dass ich komisch ausschaue Das weiß ich sowieso Also Ich halte das für euch Danke Aber wobei Raus damit Ich bin über jegliches Antwort Bin ich dankbar Arsch Ich bin dankbar 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 Ah, schön. Hier war wohl diesen Frühling schon der spitziert und hat seinen Haiferl da gelassen, die Drecksau, die Dreckerl zu Dive. Vielleicht ist es auch nur ein Schneuzer gewesen, aber den kann ich da auch mitnehmen, oder? Wie komme ich jetzt eigentlich noch mal mehr ran heute? Ich brauche doch diese Kopfhörer. Ich bin ja auf dem Depp, das ich wieder vergessen habe. Scheiße. Musik Hallo. Nach Rabland geht es schon da runter, oder? Nach Rabland geht es schon runter, oder? Merci. Ja, na, 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 na. Danke. Widerschauen. Schön. Tourist Run. Musik angekommen. Jogge jetzt nur noch nach Hause und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Auch wenn ich meine Kopfhörer jetzt nicht habe, die hole ich mir wann anders. Heute noch oder morgen mit dem Zug oder Rabel. Ja, das war jetzt ein Halbmarathon. Ich bin bei fünf Stunden sechs und Kilometer zwanzig. Mit Kilometer weiß ich jetzt gar nicht. Ja, kann man lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020